Dieser Podcast wird präsentiert von Remfeld Precision Gun Care. Otschi Ruse, live the African Dream. Hunde-Navi, dein Hund verdient das Beste. Hunde-Navi-Hundeschutzwesten bieten professionellen Schutz durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Sicher, langlebig, stabil. Hier kann der Kunde die normalen Verschleißteile alle selber auswechseln. Weil das ist ja für Nachsuchendführer ein Riesenproblem. Der muss ja jeden Tag, mit jeder Minute mit einem Anruf rechnen. Und jetzt können viele wieder sagen, ja, ich muss ja auch nicht jede Nachsuchung machen. Aber die Leute sind natürlich auch... Sehr passioniert, ne? Genau, nein, die sind nicht nur passioniert, sondern die sind ja auch bestrebt. Das ist ja auch Übung für den Hund. Ist ja also auch für den Hund wichtig. Wie ich vorhin auch sagte, auch bei unseren Hunden, je mehr Einsätze du hast, je besser wird der Hund. Ist ja ganz klar. Neuer Podcast bei FSW Podcast. Herzlich willkommen, Björn Köhne von Hunde-Navi.de. Björn, freut mich total, dass du es nach Hannover geschafft hast und den Weg so einfach gefunden hast. Ich hoffe, es war nicht ganz so einfach heute Morgen. Und du hast dann auf einmal zu mir gesagt, ich bin jetzt hier bei angemalten Häusern bei irgendeiner Bruchtbude. Das waren nicht wir. Was passiert? Ja, ich... Erstmal schönen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Hat mich sehr gefreut, die Einladung. Und ich bin auch sehr gerne hier. Wir haben uns ja auch länger nicht gesehen. Und ja, tatsächlich, ich bin ja so ein bisschen Navi geschädigt. Hunde-Navi.de. Und ich fahre auch immer nach Navi. Meine Frau lacht sich auch immer kaputt, dass ich immer alles laut Navi mache. Selbst die bekannten Strecken. Und ich war richtig. Mein Navi hat mir gesagt, ich habe Ziel erreicht. Ich war nur auf der anderen Seite. Und da waren irgendwelche komischen Häuser. Okay. Wir müssen sagen, wir sind hier in Hannover-Linden. So ein bisschen Szeneviertel. Ist schon was Besonderes hier. So kennt man nicht. Du kommst ja aus, oder beziehungsweise wohnst ja im Moment in Mittelhessen, ist es, ne? Nordhessen. Nordhessen, okay. Da ist es ja ein bisschen ländlicher. Ja, und ich stand auf dem Fußgängerweg. Die Leute guckten mich alle an. Die gingen da mit ihr Mundkassi. Haben da wahrscheinlich noch nie ein Auto gesehen. Aber ich habe es gefunden. Björn, wir kennen uns ja jetzt schon, wir haben das ja eben gesagt, schon ein bisschen länger. Ich glaube knapp über zehn Jahre oder um an die zehn Jahre. Wir haben eigentlich viel zusammen gemacht, muss man auch sagen. Also jetzt in letzter Zeit, ich komme einfach nicht zum Jagen. Aber die haben ja früher schon viele, viele Drückjachten auch zusammen gemacht. Maisjachten haben wir gemacht. Irgendwelche bekloppten Rapsjachten, wo ich übrigens nicht empfehlen kann, dass man die machen sollte, weil man einfach nicht durchlaufen kann. Das ist halt auch so ein Problem. Ich glaube, wir waren sogar zusammen auf einer Yacht bei Leica in Wetzlar. Genau. Wir haben, ich habe Westen von dir, ich habe Ortungsgeräte von dir. Ja, wir kennen uns schon lange. Ja, wir machen jetzt knapp 20 Jahre die Hundeschutzwesten und ein bisschen länger auch bin ich halt eben selbstständig und die Firma gibt es halt schon sehr lange. Und ja, in der ganzen Zeit haben wir schon viel erlebt, muss ich auch sagen. Immer mal wieder zwischendurch Pausen, aber dann hat man sich immer mal wieder gesehen. War immer schön. Auf der Maisjacht mal oder auch bei Leica war ja auch eine ganz tolle Yacht, wobei da sind wir ja immer noch, bei Leica sind wir immer regelmäßig mit den Hunden gebucht und mit der Meute und ja, das war eigentlich immer so eine schöne Zeit. Deswegen mich hat es sehr gefreut, als ich die Einladung gehört habe. Nein, ich denke ja auch, dass das für viele Leute hier auch interessant ist, nicht nur jetzt gerade von dem Business, was du machst oder beziehungsweise von den Hundeschutzwesten, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, aber du bist ja in erster Linie auch Jäger, du bist Hundeführer, du bist Nachsuchenführer, du bist bei der Kitzrettung, habe ich dich auch jetzt gesehen, dass du da auch mit dabei bist. Schieß los. Ja, ich sage mal, bis auf Baujacht machen wir glaube ich alles. Vielleicht vergisst man auch so schon mal was, aber grundsätzlich bin ich anerkannter Nachsuchenführer. Ich bin von der obersten Jagdbehörde als bestätigtes Nachsuchengespann gelistet und habe zwei Nachsuchenhunde und wir sind von der allerersten Stunde bei der Kadaversuche. Also ich habe das damals von einer Kundin gehört aus Schleswig-Holstein und dann haben wir bei uns dann dementsprechend auch so Kurse angeboten mit einer Bekannten zusammen und haben dann die Kadaversucherausbildung, die Hundeausbildung gemacht. Also wir haben zwei Kadaversuchhunde, wo wir auch immer noch regelmäßig mit im Einsatz sind. Und auch jetzt in Groß-Gero waren wir auch die allerersten wieder. Viele Schweine, gerade die ersten, hat auch tatsächlich unser Hund gefunden und weil der wirklich sehr erfahren ist über die Jahre. Welchen Hund benutzt ihr dafür? Für die Kadaversuche ein Drahter und ein Laiker. Okay. Russisch-europäisch Laiker. Und der ist sehr ruhig und der zeigt auch alles super an. Der ist dafür echt prädestiniert und ich muss sagen, mittlerweile habe ich so den Eindruck, man kann es nie so genau sagen, aber ich glaube, dass der Hund weit über einen Kilometer eine Range hat. Also wir machen sehr viel mit alleine, weil das oftmals gerade in Groß-Gero da gar nicht anders geht wegen den Straßen, machen wir aber auch wirklich gerne, weil du siehst wirklich teilweise, der Hund läuft auf einmal los und wirklich auch an anderen vorbei und immer meine Frau hinterher, zack, zack und auf einmal zack, Pfund. Also der hat wirklich, dann misst du ja die Strecke in dem Moment nicht, aber so vom Gefühl her, bestimmt 1000 Meter oder mehr, kann der abdecken nach links und rechts, obwohl er eine Leine ist, weil dieser Verwesungsgeruch ist halt eben viel stärker als der Wildgeruch. Also wie gesagt, wir haben zwei Kadaversuchhunde, wir haben zwei Nachsuchenhunde und wir haben eine kleine Meute. Wir haben immer so zwischen sechs und acht Hunde über die Jahre gehabt in der Meute. Also nicht riesig, aber eigentlich ausreichend, so um kleine Jachten alleine zu machen oder eben bei größeren Jachten unterstützend zu sein, aber einen eigenen Bereich zu haben. Wie gesagt, Nachsuche, Kadaversuche, dann die Drückjagd machen wir halt eben, Kitzrettung machen wir auch mit der Drohne, schon jahrelang so, ja da bin ich vielleicht nicht von der allerersten Stunde mit dabei, aber auch schon ein paar Jahre. Ich muss ja schon sagen, du bist ja schon so ein kleiner Technik, wenn irgendwo ein neues Spielzeug für dich rauskommt, bist du der Erste, der es eigentlich hat, du bist auch der Erste, glaube ich, von allen, die überhaupt eine Wärmewilddrohne hatten. Ich glaube, da war dieses ganze Thema noch gar nicht mal so aktiv mit der Kitzrettung, da hattest du schon eine. Unique. Unique, ja. Katastrophe heute, sag ich, wenn ich jetzt die anderen kenne, aber damals war es besser wie nix, ne, und da war man schon weit vorne und da waren viele ja noch unterwegs mit einer normalen Kamera und das weiß ja heute, glaube ich, jeder, mit einer normalen Kamera findest du nichts, ja. Du brauchst schon eine Wärmebildkamera, sonst ist das schwierig, ne. Und ja, ich sag mal, mir liegt auch immer sehr viel am Herzen, ich sag jetzt mal, wie soll man sagen, Nachsuche, dass die Tiere nicht so leiden, Kitzrettung, dass sie nicht unnötig zerstückelt werden und so weiter. Oder viele behaupten ja, ja, jetzt rettet ihr die Kitze, macht da große Publicity und ein paar Monate später schießt er sie tot. Das ist ja Quatsch, ja. Sondern man will ja den Tieren das Leiden ersparen, ja. Ich hab jetzt noch wieder erlebt, das finde ich Katastrophe, in einem Revier, wo wirklich die ganz genau wissende Landwirt, wir fliegen immer alles ab, kriegt auf einmal der Jagdpächter einen Anruf, wir haben gemäht, alles okay. Und ich bin dann nachher mal abgefahren und dann hab ich echt einen Kitze gesehen, wo nur die Keule abgemäht war und der Vorderlauf, das heißt, das war wirklich dann auch noch elendig gestorben, wenn man es dann wenigstens noch beendet hätte. Und das verstehen die meisten Leute nicht, ja. Mir ist wirklich sehr viel am Herzen, dass das alles sauber abläuft, dass kein unnötiges Leid entsteht, ne. Das muss ich auch dazu sagen, das weiß ich ja auch bei dir. Ich glaube, dass du auch, unterbrich mich, wenn ich da falsch liege, aber dass du, glaube ich, auch mehr an der Arbeit drumherum hast, als tatsächlich an dem eigentlichen Erlegen von dem Wild. Ist so, oder? Ja, also ich komme da gar nicht so zu, muss man ganz ehrlich sagen, weil man hat so viele andere Aufgaben in dem Bereich und ich finde halt eben Jagd ist wichtig und ist auch ein interessantes Hobby, sage ich jetzt mal, aber es muss halt sauber ablaufen, finde ich. Ich finde es immer ganz schlimm, egal, was man manchmal hört mit den Füchsen und mit den Waschbären und was manche dann für einen Antrieb haben. Ich finde immer, kein Tier muss leiden, ja. Und man kann eine saubere Jagd machen und dann haben wir ein wertvolles Lebensmittel und die Tiere kein Leid, wenn man es ordentlich betreibt, weiß gerecht. Und das ist aber auch, glaube ich, einer der Punkte, warum wir uns auch überhaupt damals gut verstanden haben, weil ich glaube, dass wir da auch auf einer Wellenlänge sind und noch immer noch, oder bis damals waren wir es, immer noch sind. Das ist ja auch so dieses, was man bei den Drückjachten einfach oft hört und da ist auch mal ein Appell an die Leute, dieses, ja, hast du geschossen? Nee, hab keinen Schuss, aber ich hab dich doch da eben an deinem Sitz gehört, wie du zweimal geschossen hast. Ja, aber es war auf dem Fuchs. Das sind so die Aussagen. Ich glaube auch da bei dir, da komme ich nicht drauf klar. Also Fuchs ist genauso wichtig wie Rehwild, genauso richtig wie der Hirsch. Ist auch ein Tier, ist wahrscheinlich sogar noch ein schlaueres Tier, leidet genauso. Und Leute, wenn ihr drauf schießt, sagt bitte dem Nachsuchendführer genauso Bescheid, dass ihr gefehlt habt oder dass ihr denkt, dass ihr ihn krank geschossen habt oder wenigstens einfach sagen, dass ihr geschossen habt, anstatt zu sagen hinterher auf Nachfrage, ja, aber war auf dem Fuchs. Das ist immer eine Doofe. Ich finde es ganz schlimm. Wir haben tatsächlich, also es ist ja oftmals so, dass so ein Fuchs gar nicht nachgesucht wird. Wir würden das immer machen, kriegt man ja nicht alles mit und wir haben es tatsächlich auch schon erlebt, dass auf einer Jagd eine Sau, die wir gefunden haben, unterwegs, die verendet war, die einen Schuss hatte, wo es keinen Schützen für gab. Wo also vorher jemand, weil sie weggelaufen war, gesagt hat, ich hab nicht geschossen und nachher, als das Stück da lag, kann man ja schlecht sagen, oh, vielleicht hab ich doch geschossen. Das heißt, es gab tatsächlich keinen Schützen für diese Sau und passieren immer wieder so seltsame Sachen, finde ich ganz schlimm und ja, ich weiß nicht, warum manche da dann so sind, aber ich finde, das gehört sich einfach. Weitengerechtigkeit ist halt ganz wichtig. Du, das Format ist ja hier auch so ein bisschen so über die Diskutiererei, man muss ja auch nicht immer nur die schönsten Sachen sagen, aber ich kann dir sagen, wo dran es liegt, das ist einfach, dass den Leuten das peinlich ist und die haben auf gut Deutsch gesagt, nicht genug Selbstbewusstsein, um das zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat und das ist, das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte, den ich überhaupt im Jagen immer doof finde, ist erstens der ganze Jagdneid, der dann dazu kommt, dass die Leute dann da rumschwirren und nicht mal sagen, hier, herzlichen Glückwunsch und wie cool, oder weit man's heil. Und das nächste ist, wenn ein Fehler gemacht wurde, gucken alle in die Luft und sind am Stück, ist aber nach rechts abgegangen und der Hund geht nach links und dann fangen sie hinter dir an zu lästern und zu sagen, oh mein Gott, der Völker da mit seinem Hund oder der Köne mit seinem Hund, der hat ja gar keine Ahnung und dann kommst du ans Stück und dann drehst du dich um und sagst du mir, sagst du noch einen Ton, ne, dann, ja. Weil der Hund, der Hund täuscht sich nicht. Der Hund hat immer recht. Der Hund hat immer recht. Ist schon so und ja, ist eine wichtige Sache, die Nachsuche ganz wichtig und wie gesagt, du sprachst gerade an, dass ich das alles so ein großes Spektrum habe, ja und das ist mir halt eben auch wichtig, dass man eben auch alles abdeckt quasi, was man so abdecken kann und ja, die Arbeit ist dann immer mehr als das Jagen selber, das stimmt, aber ich finde es halt eben auch wichtig. Jetzt einfach mal eine Frage an dich, die ganze Drückjagd-Geschichte, es ist ja theoretisch gesehen für dich auch eine Dienstleistung, die du dann anbietest für Unternehmen oder beziehungsweise für Bekannte, dass du dann da durchgehst. Gibt es da noch manchmal Sachen, wo du dann sagst, so Leute, das geht so nicht und das können wir so nicht machen oder wo du sagst, vielleicht hinterher müssen wir mal irgendwie besprechen, dass es beim nächsten Mal besser gemacht wird? Ja, kommt natürlich immer was vor, man merkt sich das vielleicht jetzt nicht so, aber ich habe auch tatsächlich schon mal eine Jacht beendet, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt nicht mehr weitergemacht, ich habe da zwar keine Handhabe, ich bin in keine Jachtleitung, aber wir haben schon ein, zwei, dreimal, vielleicht auch öfter, man weiß es nicht, tatsächlich in den ganzen Jahren gesagt, so bis hier und nicht weiter, wir packen jetzt unsere Hunde ein, hier ist das beendet, aber da will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen, weil wir wollen ja jetzt auch nicht negativ über die Jacht sprechen, das sind die Einzelfälle, die dann, jeder Mensch macht irgendwo einen Fehler. Oder wie du schon sagst, manche können es eingestehen, manche nicht, aber da will ich jetzt gar nicht drauf umreiten, aber sowas passiert schon, ja. Wo ich einfach nur drauf, mein Punkt, warum ich das überhaupt angesprochen habe, ist, dass viele, viele Pächter oder viele Leute, die eine Meute lang engagieren, sich dann denken, okay, ich bezahle dann da 50, 60 Euro, 40 Euro für den Hund und dafür muss der Typ dann da in der Zeit alles machen. Aber eigentlich muss man dazu sagen, und das ist auch, glaube ich, da wirst du sofort sagen, ja, der Max hat recht, eigentlich macht man das ja nicht des Geldes wegen, sondern man macht es ja, um die Hunde auszulassen, weil man Spaß an dem Ganzen hat. Natürlich ist es ein Obolus, den man dann hinterher mit dem Ganzen hat, aber ich finde einfach, dass Leute, die für den Durchjagd engagieren, das vielleicht auch immer einfach bedenken sollen, dass zum Beispiel für dich und für mich eigentlich die Hunde eigentlich alles sind. Und wir wollen immer, dass die Hunde gesund nach Hause kommen und das ist so der wichtigste Aspekt, den man dann auch als Hundeführer hat. Genau, also dadurch kam das ja auch alles mit den Hundeschutzwesten und so weiter. Das ist tatsächlich so, weil, ich sage mal, bei uns sind die Hunde tatsächlich Familienmitglieder. Es gibt Meuteführer, wo die alle nur irgendwo im Zwinger leben, ist auch nicht schlimm. Das ist ja eine normale Zwingerhaltung, ist ja ganz normal heutzutage. Aber bei uns leben die tatsächlich auch im Haus, das heißt, die kommen alle auch mal ins Haus nachts und das sind Familienmitglieder und die wollen wir alle wieder mit nach Hause nehmen, ganz genau. Und die stehen dann auch bei mir im Vordergrund. Und wenn dann irgendwas von mir verlangt wird, was ich in irgendeiner Form gefährlich sehe für meine Hunde, mache ich einfach nicht. Egal, einfachste Beispiel sind Straßen. Wenn auf einmal doch eine Straße näher ist, als vorher gesagt worden ist oder wie auch immer, packe ich halt meine Hunde ein. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil man muss jetzt, früher wurde mal immer so gesagt, wer Schweinsköpfe jagen will, muss Hundsköpfe opfern. Irgendwie so ähnlich war der Spruch. Finde ich absolut nicht. Deswegen auch das mit den Hundeschutzwesten. Man kann das auch alles vernünftig, sicher betreiben und wie gesagt mit einer vernünftigen Vorplanung. Aber das meinst du jetzt wahrscheinlich, oftmals wird es nicht geplant. Es wird alles geplant. Das Essen, das Trinken, alle möglichen Zimmer, was weiß ich was, alles wird geplant. Und wir erleben dann manchmal, wenn wir dann sagen, wo müssen wir, oh, haben wir gar nicht geplant, so ungefähr. Dass wir dann wirklich kurzfristig dann nochmal eben gucken, wie ist der Wind, von wo gehen wir am besten. Also gibt es schon, dass wir dann quasi an Ordnungsstelle manchmal morgens noch eine kleine Planung oder Planungsänderung machen. Ja, das ist tatsächlich so. Das wird meistens so ein bisschen vernachlässigt. Ich würde gerne nochmal auf das Thema oder mit dem Thema überhaupt richtig anfangen, Hundeschutzwesten. Du machst das ja schon, also ich kenne nur dich oder beziehungsweise ich kenne auch ein paar andere von deinen Mitbewerbern oder ich denke, dass du einer bist, der am längsten dabei ist. Was ist das Wichtige bei einer Hundeschutzweste, gerade auch vielleicht im Bezug auf Leute, die sich gerade einen jüngeren Hund kaufen, weil bei dir ist ja glaube ich auch, dass das ganz Wichtige ist, dass man die Weste ja auch verstellen kann, richtig? Genau, also das stimmt, also wir sind schon sehr lange dabei, nicht die ersten, es gab ein, zwei Firmen, die vor uns waren und dann hatten wir selber damals einen Hund tot, Halsschlagrad offen und dann habe ich zu dem Hersteller gesagt, dem hatte ich auch sehr viele Westen vermittelt früher immer, über die Navi-Geschichte, über die ganzen, ich sag mal, über die ganze Geschäftsleben sag ich jetzt mal und dann haben wir, hat er uns keine Weste, hat er gesagt, nee, wir liefern dir keine Weste mehr, du machst unsere Weste schlecht. Ich sag, nee, wir haben einen Hund tot, wir müssen da was ändern und so sind wir ans Herstellen einer Weste gekommen, also damals nur für uns selber und ja, wir decken quasi alles ab, also nicht nur, dass wir für den jungen Hund Leihwesten zur Verfügung stellen, sondern wir haben auch die Westen, obwohl sie auf Maß gemacht werden, verstellbar und auch verschiedene Ausstattungsstufen, verschiedene Sicherheitsstufen, alles angepasst, sag ich jetzt mal auf das eigene Bedürfnis, die Yachtart und den Hund an sich. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch das Rassespezifische, dass man betrachtet, wie viele Lagen und was für eine Sicherheitsstufe man überhaupt braucht für die Westen, dass man da auch vielleicht bei manchen Rassen, so oft sich das jetzt anhört, vielleicht jetzt nicht übertreibt, weil man halt auch weiß, dass die vielleicht nicht so super scharf sind, aber es halt dann auch sagt, bei dir dann sagt, okay, das muss jetzt eine vierlage Panzerweste sein, wo der Hund mit dem Krieg ziehen kann, was aber dann auch manchmal gar nicht hundertprozentig benötigt ist. Schätzen sich die Leute da schon selbst richtig ein oder sagst du dann auch mal, Leute, das ist für den Hunden nicht die richtige Weste? Tatsächlich ist das so, es wird meistens falsch eingeschätzt, weil, ich sag mal, der reine Hundeführer ganz andere, wie soll man sagen, Regeln für sich selber da wahrscheinlich oder wie soll man sagen, Kriterien für sich selber aufstellt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von den Lagen sprechen, wie du sagst, die Stichschutzlagen ist ja erstmal abhängig überhaupt, was habe ich für Material, weil wenn ich ein sehr gutes Material habe, brauche ich weniger Lagen, ist klar, also wir brauchen bei unseren Westen immer im Schnitt so ein oder zwei Lagen weniger als bei den Mitbewerbern, weil sie so einen extrem stabilen Außenstoff haben, der auch sich nicht vollsaucht von Wasser, der bleibt also sehr leicht. Die sind auch getestet, die Westen, ne? Genau. Und auf jeden Fall machen wir es wirklich abhängig vom Gewicht des Hundes, wie schwer der Hund ist und wie viel Geld man ausgeben möchte. Weil ich sag mal, wie scharf der Hund ist, spielt gar keine Rolle. Ich habe immer so eine Weste bei von einem Kollegen von mir, mittlerweile Kollegen, früher Kunde, jetzt auch wirklich Kollege, wir machen mittlerweile auch Jachten zusammen und so weiter. Freund, kann man schon sagen. Wir machen öfter auch mal Drückjachten und Maisjachten zusammen. Da haben wir es wirklich erlebt. Der Mann macht über 40 Jahre auch diese Drückjachten und hatte dann bei einem Hund längere Zeit eine Weste vom Vorgängerhund, der einfach übernommen hat. Die war überall zu kurz, passte nirgendswo so richtig, weil man sie ja verstellen kann. Aber dann ist der Hund natürlich der ursprüngliche kleiner gewesen, war also am Hals viel zu kurz, überall zu kurz. Und dann habe ich ihn wirklich dazu überredet, Mensch, mach dem Hund doch eine neue Weste. Und da hatten wir gerade so ein neues Modell. Ich sage, probiere doch mal unser Modell aus hier und so weiter. Mach dem Hund mal eine neue Weste. Das passt ja alles gar nicht. Und tatsächlich, die erste Jagd mit dieser Weste, 47 Einschläge. Wo er selber sagt, der Hund wäre mit der alten Weste tot. Wo ich sage, der Hund wäre mit der alten Weste auf jeden Fall schwerer verletzt. Muss ich wirklich sagen. Und danach, ja, der Hund heißt Terror. Also der Name ist Programm. Danach ist das nie wieder passiert. Also der hat in seinen 40 Jahren, hat er mir gesagt, nie vorher sowas gehabt. Und jetzt in den, ich weiß nicht, ich glaube sechs Jahre sind jetzt mittlerweile her, in den sechs Jahren danach auch nie wieder. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wie beim Auto auch. Morgen kann was passieren, was noch nie da war. Und dann ist es wichtig, wenn der Hund eine Weste hat. Man hört ja so häufig auch, ach, der braucht doch für seinen Hund keine Weste. Der ist doch gar nicht scharf. Der hat doch Angst vor einer Sau. Aber ich muss sagen, wenn einer jetzt zum Beispiel ein junger, unerfahrener Hund mit unseren erfahrenen Hunden zusammenkommen würde, würde er sich vielleicht stark fühlen. Würde vielleicht ganz anders nach vorne gehen, wie er es alleine machen würde. Wäre aber unerfahren und würde vielleicht eher geschlagen. Und dann passiert es. Und dann passiert es. Und deswegen ist eine Hundeschutzweste ganz wichtig. Nein, und wenn man das mal überlegt, können wir mal preissprechen, wo fängt eine Weste an? Also bei uns fängt es knapp bei 300 Euro an. Wenn man ein ganz kleines, also eine Telefonnummer und so weiter, will ja jeder aufgestickt haben. Also der Grundpreis ist ein bisschen noch unter, darunter. Aber ich sage mal, es fängt eigentlich so bei 300 Euro an. Und ich sage mal, geht so bis, ich glaube, wenn man Vollausstattung hat für den größten Hund, den wir je gemacht haben. Der größte Hund, den wir je gemacht haben, war wirklich Brustumfang 1,03 Meter. Okay. Ja. Und also da kann man dann auch bis, wenn man, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber man weiß es ja nicht, vielleicht ist es auch richtig, kann man auch, glaube ich, bis, ich habe noch nie komplett ausgerechnet, ich glaube, bis auf 1.100, 1.200 Euro kann man, glaube ich, das Ganze hochpushen für einen riesen Hund mit Vollausstattung. Aber man muss dazu sagen, dass, ich nehme jetzt mal. Immer unter Welpenpreis. Nehmen wir hier einfach mal deine. Sagen wir mal, wir sprechen jetzt mal über eine Wesse von 300 Euro. Und wenn du dann da mal richtig zum Tierarzt gegangen bist, weil der Hund da, da sind die 300 Euro, wenn das eine Drückjagd ist, dann auch meistens für die meisten Leute, dann am Samstag. Ja, selbst 1.000 Euro. Ja. Und da geht mal, das geht mal, bitte unterzeichnen Sie mal hier, wenn der Hund reinkommt. Und dann sagst du ja auch nicht, nein. Ja, ja. Ich sage immer bei dem Ellenbogenschutz, die Leute fragen mich immer, was muss ich haben? Ja, ich sage, kann Ihnen keiner sagen. Ist wie beim Airbag beim Auto. Wenn es morgen passiert, brauchen Sie vielleicht einen Ellenbogenschutz. Wenn es nie passiert, brauchen Sie den nie. Ja, aber wenn man, das ist immer für mich immer ein gutes Beispiel. Ich sage, da nehme ich auch immer gerne die Weste von dem Kollegen, die habe ich immer meistens mit. Ich sage, gucken Sie mal hier, auf dem Ellenbogenschutz sind drei Einschläge. Ja, ich sage, der Ellenbogenschutz kostet 70 Euro durch zwei, weil sind ja zwei Stück, 35 Euro das Stück. Ich sage, Sie haben dafür 35 Euro bezahlt. Ja, diese drei Einschläge beim Tierarzt, was werden das gewesen? Samstags oder Sonntags beim Tierarzt, Notdiensteinsatz, ja, 800. Ja. So, ganz einfach erklärt. Und vor allen Dingen kommt ja noch die nach, alles was dahinter ist. Der stirbt davon nicht, wenn er hier drei Einschläge hat auf dem Keul oder auf dem Schulterblatt, sage ich jetzt mal einfach. Aber es sind 500, 600, 800 Euro weg. Ja, und so sind es 35. Und dann sagen sie, ja, der kann ja auch drunter schlagen. Ja klar, er kann drunter schlagen. Aber alle Schläge, die dann auf das Material kommen, die kommen schon mal nicht am Hund, die kosten schon mal beim Tierarzt kein Geld. Ja. Die Beste hat hier oben drauf noch ein NFC. Ja. Das ist, glaube ich, auch was. Das kommen wir seit ein paar Jahren jetzt an. Ich schalte das mal einmal hier in die Kamera, damit man es genau sehen kann. Also ich beschreibe einmal, ich beschreibe einmal, da können wir gar nicht mehr über den NFC. Also wir haben hier, wir haben hier Telefonnummer drauf, wir haben hier die Möglichkeit für ein GPS-Halsband. Genau. Wir haben hier NFC-Tag, wir haben hier die Verlängerung für die Keule und das, was du gerade angesprochen hast. Ellenbogenschutz, genau. Ellenbogenschutz, genau. Okay. Ja, genau. Und die Wester hat auch, jede Wester von uns hat auch immer eine kleine GPS-Tasche hinten im Rücken für so kleine GPS-Tracker wie da von dem Rütter, diese Tractive oder auch damals unser Hunde-Navi. Damit fing das ja alles an, der Name. Ja. Und weil viele haben eine Backup-Lösung. Also die haben ein zweites Gerät nochmal, am Hund ein kleines, was über Handynes geht und da haben die Wester immer von uns eine Tasche standardmäßig immer mit drin. Bei mir ist es ja so schlimm, ich habe den Hunden ja einen Garmin umgetan und wie heißt es? Da gibt es ja auch andere. Und noch einen Tracker. Also das war Britta und Engel einmal so ein ganzes Teil, weil ich einfach nur panische Angst habe, dass ich einen von den Hunden nicht mehr wieder finde. Aber da sieht man ja auch, man will ja auch, dass es den Hunden gut geht. Genau. NFC-Tag bedeutet einfach mit dem Handy dran und dann... Genau. Und dann sieht man die Telefonnummer. Also wir programmieren immer nur die Telefonnummer ein. Wir lassen den aber offen. Man kann ihn ja blockieren, dass man da nichts dran verändern kann. Wir lassen den aber immer offen. Da kann der Kunde sich selber noch was eintragen. Wir machen immer nur die Telefonnummer, weil es kann immer mal so einen Nackenlatz abreißen. Es kann so eine Telefonnummer verschmutzt sein. Auch selbst wenn sich ein Hund vielleicht nicht anfassen lässt, dann kann man vielleicht mit dem Stock und dem Handy vielleicht irgendwie den NFC berühren, dass man die Nummer kriegt, um den Besitzer anzurufen. Gerade, es gibt ja einige Rassen, die auf den Jagden sich ungern annehmen lassen, dass man dann wenigstens die Telefonnummer rauskriegt. Deswegen haben wir das gemacht. Finde ich eine ganz wichtige Sache. Aber man kann auch noch andere Informationen hinterlegen, wenn es erwünscht ist. Nachsuchen für XYZ oder ich bin der Beste, der Tollste. Keine Ahnung. Was dann auch witzig ist, dieser Hund heißt Terror und Terror beißt. Und dann drehst du dich um und siehst auf einmal, wie er dich angenutzt. Nein, aber ich denke, das Geld sollte man auf jeden Fall für seinen Hund ausgeben, wenn man Rückjachten machen möchte. Vielleicht einmal an dich. Du bist ja jetzt auch nicht jemand, der nur eine Rasse führt oder immer nur eine Rasse geführt hat. Du bist ja jemand, der sich da auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal einfach mal ausprobiert. Ja, nicht so ganz groß. Früher waren wir so Terrier-lastig, sage ich jetzt mal einfach. Und irgendwie haben wir jetzt mittlerweile so unsere Rassen gefunden. Also meine Lieblingsrassen Lieblingsrassen sind tatsächlich Deutsch-Drata und Laika. Wobei wir haben Westsibirisch und Russisch-Europäisch. Da gibt es ja auch noch Unterschiede. Wir haben beide. Es gibt aber auch noch andere Laika-Rassen. Und das ist aber jetzt so mein persönliches Empfinden, weil das ist einfach ein ganz gutes Team. Die Laikas finden halt unheimlich gut. Die haben alle so eine wahnsinnige Intelligenz. Also jeder findet seinen Hund immer am besten. Aber bei den Laikas ist es wirklich so, die sind wirklich von der Intelligenz den anderen Hunden weit voraus. Und das macht die Sache dann auch interessant. Und dann die Kombination mit dem Rata passt halt super. Aber das kann genauso auch ein kurzer, ein langer oder irgendeine andere Rasse sein. Das hat sich jetzt bei uns so ergeben. Wir haben ein super Team. Hätten wir vielleicht ein anderes Team, hätte sich dann vielleicht auch anders entwickelt. Du willst doch jetzt nicht sagen, dass meinem Spezialisten Willi, dass die dem Intelligenz voraus sind, dem Australian Shepherd. Björn hat eben vor dem Podcast gefragt, dass der Australian Shepherd gibt es den auch noch. Den hatten wir auch mit bei der Jan. Der Willi, ja. Der hat auch eine Weste, ne? Der hat auch eine Weste. Ich habe dem Australian Shepherd eine Weste, weil der Australian Shepherd, man muss dazu sagen, der ist jetzt nicht wildscharf, aber wenn seine Ladies angegriffen werden, dann geht es los. Aber ich erinnere mich, dass er auch gejagt hat. Ja, der ist auch einfach mit dabei. Nein, aber ich meine, der war, ich weiß, der war glaube ich nicht laut, aber gejagt hat er, glaube ich, ne? Ja, ja, der ist da. Der ist da. Ja. Gut, das würde jetzt für mich so nicht gehen, weil wir haben immer Hunde, die auch JGHV geprüft sind, sage ich jetzt mal. Wir müssen halt immer auch die Prüfung machen oder wollen das auch, ne? Ist ja nichts Schlechtes, ne? Die anderen Hunde sind nicht schlechter, unsere sind nicht besser. Aber ich finde es halt immer wichtig, wenn man es auch alles gesetzeskonform hat, sage ich jetzt mal ganz einfach. Nein, da wollte ich auch gar nicht drauf hinaus. Ich meine einfach nur, dass gerade auch war diese Rassensache. Manche sagen ja, okay, ein Deutschstrater hat auf der Drückjagd nichts verloren. Auf der Drückjagd darfst du nur eine Bracke führen und eine Terrier führen. Ich finde, das ist aber immer, das kommt immer drauf an. Also ja, ich kann nicht sagen, dass ich da, klar, gibt es manche Deutschstrater, die kleben an jedem Wild dran und du kannst nicht schießen. Aber es gibt auch Deutschstrater, die es halt auch einfach gut machen. Also ja. Und es gibt auch Terrier, die scheiße sind. Es gibt aber auch Deutschstrater, die gar nicht hören und es gibt auch Deutschstrater, die super hören. Also das ist ja auch, man kann ja nicht die Rasse, das habe ich auch schon mal gehört, auch irgendwie die Aussage mal, hochläufige Hunde sollen nicht auf der Drückjagd bei der einen oder anderen Jagd, wo auch immer. Oder Bundesland, ich weiß gar nicht jetzt genau, aber man hat sowas schon mal gehört. Ich finde das totaler Quatsch. Also ein Hund kann doch nicht ausgeschlossen werden oder in irgendeine Schublade gesteckt werden, weil er eine gewisse Rasse ist, sage ich jetzt mal. Also ich sage mal, kann Deutschstrater genauso stumm sein, wie er spurlaut ist, sage ich jetzt mal. Und ist der typische, deswegen spreche ich es vielleicht auch gerade zufällig an, weil ich das immer so ein bisschen im Kopf habe. Wir hören nämlich ständig immer, ach die Laikas, die sind doch stumm. Er müsste sich unsere Laikas mal angucken. Die sind die lautesten überhaupt. Der eine von meiner Frau, der zeigt alles an. Das ist eine richtige Quatschstante. Der zeigt an, ob da ein Kessel ist. Der hat sogar, wir haben, wenn wir schon mal mit den Hunden einen anderen Nachsuchungsführer unterstützt haben, der hat sogar angezeigt im Weizen, wo sich zwei Stunden vorher der BGS mit der Sau, also wo sich die Sau immer wieder gestellt hat. Wo der BGS dann alleine nicht weiterkam, deswegen brauchten sie Hunde dabei, deswegen sind wir dann dazugekommen. Ja, und das hat der Laika uns Stunden später noch angezeigt. Immer wow, wow. Und da sagt er, ja, da hat es sich wieder gestellt und so weiter. Also man kann das so pauschal nicht sagen und deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, ein großer Hund hat da nichts zu suchen. Ja, genauso wie gesagt, wie ein Laika stumm sein kann oder laut sein kann, so kann ein Drahter stumm oder laut sein und so kann ein Drahter nichts taugen für so eine Drückjagd, aber er kann auch vielleicht der Beste sein für eine Drückjagd. Das ist ja alles auch ein bisschen hundeabhängig, ausbildungsabhängig. Und wir wollen uns ja auch nichts vormachen. Ich sag mal, Hunde, die viele Einsätze haben, haben es ja auch viel einfacher, besser zu werden, als Hunde, die nur ab und zu mal auf der Jagd sind. Das ist so. Und ich denke, wenn man einen Jagdhund hat, es geht ja auch einfach darum, mit dem Hund was zu erleben. Du hast eben das mit der JGHV-Konform angesprochen. Du führst ja wahrscheinlich deine Prüfungen auch alle selber, machst die alle selber. Und ich meine, am Ende des Tages geht es auch einfach darum, wenn man sich den Hund kauft, man möchte ihn ja auch dabei haben. Ja, und Ziel haben auch. Jede Prüfung ist ja irgendwo auch ein Ziel. Also das ist ja mit anderen Sachen nichts anderes. Also ich sag mal, man ist ja froh, wenn man sagt, man hat das Ziel, egal ob es jetzt eine Prüfung ist, das Ziel erreicht. Und warum soll ich nie unter Beweis stellen auf einer ganz normalen Prüfung und somit ist alles gesetzeskonform? Nein, aber deswegen haben wir halt eben jetzt nicht andere Hunde, die jetzt vielleicht keine Prüfung machen dürfen oder können. Im Moment ist das ja noch so. Und das ist vielleicht auch alles so ein bisschen zufällig. Deswegen sprach ich vorhin wegen den Rassen. Bei uns hat sich halt alles so ergeben, wie es jetzt ist. Hätte vielleicht ganz anders kommen können. So sind wir halt gut aufgestellt. Wir haben ein gutes Team. Die wissen, was zu machen. Wir haben früher, was haben wir gemacht? 60, 70 Drückjagten im Jahr. Und das schaffen wir heute nicht mehr. Wir haben so viel Arbeit, so viel. Ich habe ja, das ist das einzigste Negative, muss ich ja wirklich mal sagen. Ich habe ja so einen Spaß an dem Ganzen, was wir machen. Die ganze Hunde-Navi-Sache, die ganzen Hundeschutzwesten. Aber ich habe mir damit eigentlich ein Eigentor geschossen, weil dann, wenn ich mit meinen Hunden jagen will, haben wir die meiste Arbeit. Logisch. Also wir tun es wirklich manchmal schwer mit den Drückjaghtterminen. Ich sage die auch immer sehr spät erst zu. Ich kann gar nicht im Februar zusagen, ob ich um Oktober irgendwo auf einer Jacht bin. Kann ich nicht. Das ist unmöglich. Wir haben so viel Arbeit. Also wir machen so viele Westen und auch die ganze andere Geschäfte mit Unterortungsgeräten und so weiter. Ist so, wie soll man sagen, zeitraubend. Ist ja logisch, ist ja mein Beruf, ist ja mein Geschäft, dass wir das leider nicht mehr schaffen. Aber wir machen bestimmt, ich weiß nicht, ich habe jetzt aktuell nicht gerechnet, aber wir machen trotzdem immer noch so 30, denke ich mal. 30 oder 40, Achtung. Björn, ich muss jetzt nochmal die Werbetrommel so ein bisschen für dich rühren, weil das ja auch ein cooles Produkt ist. Ich habe gesehen, dass du auch immer unterwegs bist in Deutschland. Es gibt Aufmaßtouren, es gibt alles mögliche. Wo kommt man am besten? Also hier steht es nochmal groß drauf, hunde-navi.de. Aber wie kommt man an eine Weste von dir, beziehungsweise an andere Produkte auch noch von dir? Also ich sage es ganz ehrlich, so wie es ist, muss jeder mit sich selber ausmachen. So eine Hundeausbildung ist sehr zeitraubend. Und wenn ich dann einmal im Jahr, wenn der Hund fertig ist, zu dem Hersteller fahre, um den Hund ausmessen zu lassen, finde ich das legitim. Egal, ob das 100 Kilometer sind oder 800. Ich würde also meine Weste nie auswählen, nur weil derjenige Hersteller bei mir ums Eck ist oder weil der gerade zufälligerweise eine Vermesstour bei mir ums Eck hat. Ich würde mir die Weste so, ich sage jetzt mal, aussuchen, die ich für meinen Hund am besten, am sichersten halte und würde auch einmal dann zum Hersteller fahren, auch wenn es 1000 Kilometer wären. Aber ja, du hast recht, wir machen immer so Vermesstouren, die ergeben sich. Ein paar Leute fragen an. Ich komme hier aus, was weiß ich, jetzt sind wir in Hannover, sagen wir mal Hannover. Ich komme hier aus Hannover. Ich brauche eine Hundeschutzweste. Ja, ich sage, wenn sie noch ein paar im Background haben, fangen sie mal im Hundekurs, wie auch immer. Oder manchmal kommen die Stöberhundgruppen auch. Manchmal kommt auch einfach ein ganzer Wurf, ja, wo also jetzt ein Züchter vielleicht einen ganzen Wurf die Leute kommen lässt. Es ergibt sich immer irgendwie eine Tour, ja. Und deswegen fahren wir immer durch ganz Deutschland, weil ich es persönlich ganz wichtig halte, dass das ausgemessen wird, ja. Weil wenn die Weste nicht hundertprozentig passt, ja, dann ist das bei uns kein großes Problem, weil bei uns ist das immer ein Hundeleben lang kostenlos. Sind wir der einzige Hersteller, der das macht, ja. Hat noch nie einer gemacht, wird wahrscheinlich auch nie einer machen. Ist ja schon eine Menge Kosten, ja. Aber bei uns ist es immer so, wenn die Weste irgendwo scheuert, ist das ein Hundeleben lang kostenlos. Wenn der fünf Jahre damit läuft und im sechsten Jahr läuft er sich wund, ändern wir das kostenlos. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was ich damit sagen will, ist, die Weste muss vernünftig passen. Weil sonst könnte ich mir eine von der Stange holen. Dann holt man sich einfach irgendeine von der Stange. Die hilft dann mal, finde ich, für den Hund Katastrophe, wenn es hier scheuert und da zwickt und dann auch vielleicht nicht so richtig schützt, weil es ja nicht auf Maß gemacht ist, weil dann die Beinausschnitte vielleicht größer sind oder die Kollen nicht richtig abgedeckt sind oder der Hals zu kurz ist. Ja, muss jeder mit sich selber ausmachen, aber ist meine Meinung. Meine Meinung ist, die Weste muss vernünftig passen, ja. Und deswegen machen wir auch diese Vermesstouren, damit die Leute auch wirklich die Chance haben, den Hund vernünftig vermessen zu lassen, ohne dass jetzt alle kommen müssen, ja. Ich glaube aber, eine viel wichtigere Sache ist auch nicht nur, dass tatsächlich den Service, den du vielleicht auch nachher anbietest, was ist denn, wenn so eine Weste tatsächlich mal beschädigt ist? Wie lange braucht ihr da, sagen wir mal, vom Turnover, dass wenn die bei euch ankommt, bis sie wieder rausgeht? Die Leute wollen ja dann auch mit der Weste weiterjagen. Ja, da gibt es bei uns so keinen richtigen Wert für, weil wir eigentlich immer appellieren, dass die früh uns die Westen zuschicken, Februar. Ganz kurz, ich unterbreche dich nochmal, ich weiß übrigens auch, dass Björn Köln relativ viele Westen von anderen Herstellern auch nochmal repariert hat, wo auch nochmal irgendwas nicht drangeklappt hat. Jetzt fängt er an zu lachen. Ja, ja, wir reparieren alle Hersteller, kein Problem. Wir haben auch jetzt extra noch einen Kragen entwickelt, dass man andere Westen ein bisschen sicherer machen kann, wo der Hals einfach zu kurz ist und so weiter. Also wir sind schon wirklich bemüht, was für die Hunde zu tun. Deswegen ist uns das herstellermäßig egal. Ich habe auch mit ein paar Mitbewerbern wirklich kein Problem. Wir trinken zusammen Bier, wir quatschen zusammen. Es gibt immer ein paar wenige, leider, die immer quer schießen, die halt keinen Kontakt wünschen und uns immer das Leben schwer machen. Aber eine Menge Mitbewerber kommt man gut mit klar. Aber wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Bei der Reparatur, genau. Die Reparatur appellieren wir wirklich immer früh zu schicken und dann liegen die bei uns wirklich monatelang rum, weil wir das erst im Sommer machen. Deswegen gibt es da keinen Wert für. Aber wenn einer die schnell wieder zurück braucht, zum Beispiel die Nachsuchungführer, kommt bei uns ja auch immer wieder vor, sage ich immer, schickt sie ein, legt einen Zettel bei, wann ihr die zurück braucht. Wenn wir das nicht schaffen, sprechen wir da was ab. Wenn wir das schaffen, kommt die zu dem Tag zurück. Wenn einer nichts drauf schreibt, liegen die bei uns von Februar bis Mai, Juni, Juli rum. Wir nehmen das erstmal nur. Die normalen brauchen die ja da nicht. Da liegen die bei uns rum. Wir nehmen aber alles auf. Da steht alles bei uns in den Listen. Und dann werden die wirklich so, wie sie reingekommen sind, auch abgearbeitet, sodass sie zur Saison wieder zurück sind. Deswegen der Standardwert wäre dann katastrophal. Wäre dann von Februar, März bis Oktober. Aber nein, wir bieten ja eine neue per Express an. Wir haben sogar Westen teilweise binnen 48 Stunden gefertigt und ausgeliefert. Und so können wir auch Reparaturen sehr schnell realisieren. Man muss es aber abstimmen, weil das geht nicht immer im Jahr. Es kommt wirklich auf die Zeit an. Und dann sage ich den Leuten lieber, pass auf, wir sind im Moment mega voll. Mach mit der Weste. Die ist ja jetzt nicht so schlimm kaputt. Man kann das ja vorher abstimmen per WhatsApp, Bilder schicken und so weiter. Mach mit den Westen noch ein, zwei Wochen die nachsuchen. Schick sie dann. Dann haben wir ein bisschen Luft. Also man muss es einfach abstimmen. Also wir können tatsächlich von heute auf morgen eine nagelneue Weste machen. Wir können auch tatsächlich von heute auf morgen eine Weste reparieren. Man muss es aber abstimmen und es geht nicht immer im Jahr. Wenn wir das dann mal nicht schaffen, so wie jetzt, dann kommen natürlich sofort wieder andere mit. Wir schaffen es schneller. Ist dann so. Wenn wir voll sind, sind wir voll. Ich sage mal, wenn der Bus voll ist, ist er voll. Das ist auch so, glaube ich, die einzige Kritik, die man bei uns immer wieder hört. Man hört immer mal wieder, ja, der Service, der Service. Aber die Leute dokumentieren das dann falsch so im Gespräch. Die meinen gar nicht den Service, sondern die meinen einfach, wir schaffen es einfach nicht, für jeden eine Weste zu machen. Wir müssen Kunden ablehnen. Wir müssen Kunden zurückstellen, weil es einfach zu viele sind. Ich sage immer, wenn die Pizzeria voll ist, dann ist er voll. Wenn der Bus voll ist, ist er voll. Und wenn wir voll sind, sind wir voll. So, und wenn die dann abgelehnt werden oder dann keine Antwort kriegen, dann heißt sofort, der Service ist schlecht. Ist aber Quatsch. Unser Service ist top, sondern wir schaffen einfach nicht, alle Kunden zu bedienen. Es gibt jedes Jahr immer welche, die einfach keine Weste von uns kriegen. Und die sind dann vielleicht auch negativ gestimmt und sagen, Hunde, na, wie schlechter Service. Wir haben gar keine E-Mail gekriegt. Wir haben gar keine Rechnung gekriegt. Aber wir schaffen nicht alle. Aber man muss da auch einfach dazu sagen, einfach früh genug anfragen, dann passiert sowas doch nicht. Genau. Aber wenn man natürlich auf dem letzten Drücker irgendwas haben möchte, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann nochmal der Björn sagt, geht jetzt nicht. Genau. Weil da gehen die Leute vor, die das halt vor vier Monaten schon gemacht haben. Ja, ja. Habe ich jetzt zum Beispiel noch wieder, weil wir liefern ja auch ein bisschen in den USA. Und in den USA jagen die, glaube ich, nur drei, sechs Wochen. Kann das sein? Ja, kommt drauf an, in welchem Bundesland her. So, das ist liegen geblieben. Ja. Nicht bei uns. Ist liegen geblieben. Jetzt brauchen sie die schnell. Ja, ich sage, geht nicht jetzt schnell, ne. Ist zu spät. Guck mal auf Datum, ne. So. Ja, aber wir jagen ja nur die sechs Wochen. Wenn sie dann danach kommen, brauchen wir sie nicht mehr. Ja, dann ist das eben so, ne. Ja, wenn es bis nächstes Jahr war. Ja. Ne, das ist dann leider so, ne. Ich sage immer, wenn ich jeden Abend zu meinem Lieblingsitaliener gehen würde, ja, bin ich ein super Kunde, weil ich jeden Tag komme und jetzt kommt auf einmal der Max Völker mit seiner ganzen Belegschaft an und macht die ganze Bude dicht, ja, bestellt alle Pizzen, alle Plätze sind belegt, ja. Dann komme ich zu meinem Lieblingsitaliener und der sagt, heute kriegst du nix. Ja. Ist so, ne? Oder? Ist so. Wenn voll ist, ist voll. Und das ist so die einzige Kritik, die man über uns immer wieder hört, wird leider immer falsch dokumentiert, wird also immer auf die Service Schiene geschoben. Schlechter Service, antwortet nicht, Mails nicht, was weiß ich, was alles. Aber bei teilweise drei, vierhundert Mails am Tag, bei, ich weiß nicht, wer es gerade mitgekriegt hat, hat jetzt in unserem Gespräch hier schon wieder, ich glaube, 20 Mal vibriert das Handy. Es geht einfach nicht immer alles, ne. Ja. Aber ich muss dazu auch sagen, also guck mal, ich habe ja jetzt auch, ich mache das jetzt auch ein bisschen länger von dir, ich habe glaube ich drei oder vier Westen insgesamt gekauft. Ging immer alles gut, aber ich komme halt auch im Sommer und sage dann, hier, wir brauchen die für in drei Monaten. Ich bin ja auch jemand, der das ein bisschen früher macht. Aber, also ich kann nichts, ich kann nur sagen, wer sich gerne eine Weste kaufen möchte und das auch mit jedem Hund, wenn er den auf einer Drückjacht führt, tun sollte, kann ich nur appellieren. Hunde-Navi.de, Björn Köhne, der macht das Richtige für euch und der macht auch die richtigen Westen. Ihr könnt euch da auch die Farben aussuchen, ihr könnt euch, du hast eine Weste noch hinter dir liegen. Da gibt es auch noch ganz besondere Sachen, die man sich auch noch aussuchen kann. Ja, extra für dich, für Enya, haben wir natürlich auch eine. Also Enya ist ja auch einfach eine Prinzessin. Ja, genau. Passt du einmal auf mit dem Mikro? Ja. Und für Enya haben wir natürlich auch im Programm eine Weste mit Strasssteinchen, ne? Ich finde das schön. Ja. Für schöner leuchten ist immer wichtig bei der Yacht. Ja. Nein, also es war eine ganz witzige Geschichte, war wirklich so in so einer Damenrunde, wo ich mal Hunde ausgemessen habe, waren wirklich viele, viele Damen. Zufälligerweise auch wieder alles Drahter, ist halt manchmal so. Und da war tatsächlich eine, die sagte, ich möchte gerne eine Weste haben, aber nur mit Strass. Ich sage, klar, können wir machen. Und dann haben wir aus Spaß das auch mal hier für uns, für dieses Muster gemacht. Und deswegen habe ich dir die extra mitgebracht. Die habe ich deswegen auch für dich mitgebracht, weil die würde doch super gut zu deiner Enya passen. Hundertprozentig, ja. Da würde sie sich sehr wohl mitführen. Ja. Ja, wie gesagt, ansonsten, ja, pinke Farbe ist immer gut, sieht man immer gut, aber orange geht natürlich auch. Eigentlich sind es dann eben gelbe Streifen ohne Strass, ne? Und ja, wie gesagt, die Zubehörteile kann man immer jederzeit auch nachrüsten. Kann man auch bei einer neuen Weste mitbestellen, egal ob es jetzt so ein Ellenbogenschutz ist, so ein Brustschutz, so einen zusätzlichen Keulenschutz, ja. Hier an der Weste ist vielleicht nochmal ganz interessant, wir wollten immer nie was zum Öffnen haben an der Weste. Und deswegen haben wir ein zweites Modell gemacht mit einem beweglichen Kragen. Und hier bei uns ist halt die Besonderheit, das kann tatsächlich nicht aufgehen. Das ist kein Klettverschluss oder sowas. Das sind wirklich die stabilen Verschlüsse. Und hier ist auch der Vordergrund, das kann alles der Kunde selber auswechseln. Ja, wir haben das extra so gemacht, wer unbedingt so einen Kragen haben will, meistens die Nachsuchung und Führer, hier kann der Kunde die normalen Verschleißteile alle selber auswechseln. Weil das ist ja für einen Nachsuchung und Führer ein Riesenproblem. Der muss ja jeden Tag mit jeder Minute mit einem Anruf rechnen. Und jetzt können viele wieder sagen, ja, ich muss ja auch nicht jede Nachsuchung machen. Aber die Leute sind natürlich auch... Genau. Nein, die sind nicht nur passioniert, sondern die sind ja auch bestrebt. Das ist ja auch Übung für den Hund. Ist ja also auch für den Hund wichtig. Wie ich vorhin auch sagte, auch bei unseren Hunden, je mehr Einsätze du hast, je besser wird der Hund. Ist ja ganz klar. Und deswegen müssen die ja ständig auch mit dem Einsatz rechnen. Und dann haben wir es halt eben so gelöst, dass viele Sachen hier selber vom Kunden zu wechseln sind, dass die nicht für so ein Gummiband wieder eingeschickt werden muss. Und dann, wie du vorhin oder wie ich vorhin sagte, ein paar Wochen vielleicht unterwegs bist, kann ja auch mal ein Postpaket verloren gehen. Oder halt eben es einfach von uns nicht schnell genug zu schaffen ist. So kann es der Kunde dann selber auswechseln. Er sagt einfach, schick uns so einen Verschluss. Ja, oder schick uns ein neues Gummiband. Und das können die dann selber auswechseln. Das war der Hintergrund von dieser Weste. Mittlerweile gibt es auch ein paar ähnliche Westen, die ähnlich so einen ähnlichen Kragen haben. Aber halt eben nicht mit den Verschlüssen, sondern die machen es dann mit Klett. Und Klett wollte ich halt nie, weil Klett kann aufgehen. Bei uns ist der Klett hier am Deckel auch. Aber der ist ja nur die zweite Sicherheit. Wir haben ja einmal den Reißverschluss und den Klett. Und am Hals, finde ich, ist einfach die wichtigste Stelle am Hund. Weil der Hund geht ja nun mal mit dem Kopf nach vorne. Die Sau attackiert und macht einen Scheinangriff, wie auch immer. Der Hund dreht sich weg. Ja, und dann ist immer der Halsbereich, der Kopfbereich und der vordere Brustbereich immer der gefährdetste Bereich. Und deswegen wollte ich dann nichts haben. Und wir haben auch an unserer Weste keine Naht. Alle anderen Hersteller könnte ich meine Weste, ich will nicht sagen für die Hälfte produzieren, aber sehr viel günstiger produzieren. Weil wir haben sehr teuren Außenstoff. Der ist teurer wie bei vielen der Stichschutz. Ist auch ein echt stabiler Außenstoff. 1100er Cordura. Hat keiner besser. Es gibt auch, glaube ich, auf dem Weltmarkt keinen besseren. Ist sehr, sehr teuer. Teurer wie viele Stichschutzstoffe. Und wenn ich die, so wie wir, aus einem Stück mache, habe ich natürlich viel verschnitt. Ja, ich schmeiß viel weg. Und gut, auch so ein paar Abschnitten kann man immer nochmal für so einen Ellenbogen-Schutz nehmen und so weiter oder für so einen Kehlschutz. Aber wir haben sehr viel verschnitt. Das machen alle anderen Hersteller anders. Die nähen die immer aus Stücken zusammen. Die haben immer Nähte, weil ich wollte nie eine Naht haben. Weil eine Naht kann immer mal aufgehen, kann der Keile aufschlagen. Die kann sich aufribbeln. Deswegen ist unsere Weste, glaube ich, die einzige auf dem Markt, die aus einem Stück ist. Und die einzige auf dem Markt, die so einen Stichschutz hat und auch die einzige mit diesem Oberstoff. Deswegen sind wir auch die einzigen, die keine Gelbe machen können. Bei uns gibt es keine gelben Westen mehr, kein gelber Stoff mehr, nur noch gelbe Streifen. Bei manchen Musterhunden habe ich jetzt hier keine. Hier sieht man den gelben Stoff noch. Wir hatten früher auch gelben Cordura als Außenstoff. Das können wir aber nicht nehmen, weil das wird halt grün bei uns. Ja, okay. Und die anderen Stoffe, die die meisten Leute nehmen, diese Bären-Nylon oder wie das heißt, von den Koffern da, von der Arbeitskleidung, die können in Gelb produzieren. Wir nicht. Wir haben uns spezialisiert auf Orange und Pink und machen es dann mit den gelben Streifen. Nein, aber das ist ja auch sehr, sehr auffällig, muss man auch ehrlich sagen. Björn, was ist deine Lieblingsjacht, die du am liebsten mit deinen Hunden machst? Eigentlich Drückjacht. Okay. Also das ist, ja. Aber Maisdrückjacht oder Winterdrückjacht? Ich muss sogar tatsächlich sagen, ich mache auch sehr, sehr gerne Maisjachten. Okay. Weil das ist immer ein sehr gutes Training für uns. Also wir fangen früh an, die Hunde zu trainieren, mit dem Fahrrad und so weiter. Wer mich so ein bisschen näher kennt oder mal irgendwo in welchen Videos gesehen hat, hat ja gesehen, bei mir wird es immer schwieriger mit den Knien. Ich muss zwei neue Knie haben. Das schiebe ich natürlich unendlich lange voraus, vor mir her, weil keiner kann mir hundertprozentig sagen, ob ich nachher nochmal wieder laufen kann. Kann immer mal eine Störung passieren. Aber trotzdem fahren wir sehr viel dann auch Fahrrad und so weiter, um die Hunde zu trainieren. Und ich muss auch sagen, für mich ist es auch wirklich ein gutes Training, dann nochmal für die Hunde so in die Saison zu starten. A, wird dann nochmal wieder Kondition aufgebaut. Mehr als jetzt einfach beim Fahrradfahren. Und die Hunde lernen sofort wieder in der neuen Saison. Was heißt lernen? Sie erinnern sich sofort wieder zurück beim Chef im Umkreis. Da ist die Action. Ja, weil ich sag mal, würde ich jetzt sofort eine Drückjacht machen als allererstes und die Hunde zufälligerweise bei der ersten Jacht erst nach anderthalb Kilometer auf Wild stoßen, könnte sich ein Hund ja vielleicht auch einprägen. Oh, ich muss erst mal anderthalb Kilometer laufen. Ist jetzt vielleicht auch Quatsch, aber du weißt vielleicht, wie ich meine. Ja, so kommt wieder das Schlüsselerlebnis, die alten Erinnerungen vom letzten Jahr wieder zurück in dem kleinen Maisfeld, egal wie viele Hektar das dann sind, also um den Chef drumherum, da ist die Action, da passiert es. Also deswegen finde ich es A, gut für die Hunde und B, fürs Konditionstraining. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Hunde müssen es auch können, finde ich. Also ich höre das immer mal wieder, ja, du gehst ja mit so großen Hunden auch auf eine Maisjacht. Wenn die das von klein auf kennen, finde ich, ist das kein Problem, weil es ist eine gefährliche Jacht, keine Frage. Ja, aber auch der große Hund, wenn er vorsichtig genug ist, wenn er erfahren genug ist, hat damit kein Problem. Aber jetzt einen sechs Jahre alten Hund, der noch nie auf eine Maisjacht war, auf einmal in eine Maisjacht zu schicken als Deutscher Rater oder Deutscher Kurzer oder Pudelpointer oder was auch immer, würde ich, glaube ich, auch nicht wollen. Also sie müssen es schon von klein auf kennen. Aber ich mache es tatsächlich gerne. Und für mich vielleicht dieses Jahr auch einfacher, weil nicht so lange. Weil ich weiß gar nicht, ich habe seit der Messe Dortmund noch, weil ich da viel gestanden habe, wirklich noch massivere Probleme mit den Knien. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann auch wirklich die ganzen Kilometer jetzt diese Saison so laufen kann. Aber die Maisjacht mal eben eine Stunde, die geht natürlich. Vielleicht brauchst du so einen Cross-Segway. Ja, genau. Habe ich schon gesehen. Im Internet so mit so Raubenantrieb. Ja, genau. Also Björn ist auch immer jemand, der immer ein Jagdhorn dabei hat für seine Hunde. Das ist auch einer der ganz seltenen Sachen, wenn man sich die Videos anguckt bei ihm. Gibt es ja auch welche bei uns auf dem Kanal drauf. Du hast immer das Horn dabei. Genau. Wir haben die Hunde früh auf das Horn geprägt, weil wir hatten ganz früh auch eine Träute wie andere Hundeführer. Und dann ist mir mal das Mundstück kaputt gegangen und ich konnte die Hunde nicht rufen. Ja, weil unsere Hunde hören tatsächlich auf das Horn. Das haben wir von klein auf immer denen so beigebracht. Und ich habe auch festgestellt, so bis 800, 900 Meter hören die das auch. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Topografie an, aber so 800, 900 Meter hört man. Kann man genau sehen, wie die dann umdrehen. Unsere gehen sowieso nicht so weit, aber man kann das trotzdem so ein bisschen sehen. Und da hatte ich halt eben keinen, konnte ich halt nicht mehr rufen. Die kamen natürlich auch alle wieder, aber ich konnte halt nicht mehr rufen. Und deswegen habe ich die dann irgendwann umgeprägt auf das Jagdhorn, weil das hat man immer dabei. Und wenn ich es mal nicht hätte, könnte ich mir auch irgendwo eins leihen. Irgendeiner hat immer eins dabei. Und deswegen haben wir es geändert. Deswegen sind wir glaube ich die Einzigen, die mit dem Jagdhorn rufen. Ruft ja sowieso nicht jeder, aber manche Meute Führer rufen auch halt so mit so Nebelhörnern und so weiter. Haben wir tatsächlich auch so ein Nebelhorn. Das ist aber dann wirklich, das wissen die Hunde auch dann, das haben wir so konditioniert, dass so als letzte Bremse so ungefähr, weil das hört man auch sehr weit. Aber das normale Rufen, wie du es auch kennst, immer mit dem Jagdhorn. Genau. Manche finden es erstmal lustig. Aber ja, es ist halt aus der Praxis entstanden. Wie bei der Weste. Alles aus der Praxis entstanden. Hat halt seinen Vorteil. Und die Hunde reagieren halt ganz gut da drauf. Björn, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass wir über die ganzen Sachen gesprochen haben. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal mit ihm hier Gassi gehen. Und dann, ich denke, wir sehen uns da demnächst nochmal wieder. Also ich denke, wenn ihr Fragen habt an Björn, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist ja auch was, was wir auch auf der Messe, wir sind ja auf der Jagd-und-Hundmesse. Da können wir auch nochmal drüber diskutieren, über die ganzen Sachen. Und wenn ihr eine Weste bestellen wollt, kontaktiert. Darf ich vielleicht nochmal einmal was ganz Grundlegendes sagen, was ganz wichtig ist für alle, weil das, finde ich, wird überall zu kurz genommen. Und ich finde es ganz wichtig und ich hoffe, dass ich hiermit auch eine große Reichweite habe. Ich höre so oft, auch von Kunden, auch von anderen, auch die, geht das denn mit der Hundeschutzweste überhaupt, wenn es so warm ist. Ja. Und das möchte ich wirklich mal im Eimer ganz kurz ansprechen, ja. Es hat gar nichts mit der Weste zu tun. Der Hund kann nicht schwitzen. Und jetzt kommt das Wichtigste, was mir wirklich so am Herzen liegt. Es gibt sogar Hersteller, die dazu raten, eine Weste nass zu machen, ja. Absolut grundverkehrt. Lasst euch nie sowas einreden. Die Weste auf keinen Fall nass machen, ja. Weil wir haben am Anfang die Verdunstungskälte und nachher hat man Sauna darunter. Und wenn man dann hört, der Hund ist zusammengeklappt mit Weste und ich habe die Weste extra nass gemacht, kann ich sagen, ja, weil du sie nass gemacht hast, ja. Und man macht das einfach nicht, ja. Sie muss trocken bleiben. So, jetzt gibt es Situationen bei uns bei der Kadaversuche, da kommen wir im Schilf, da wird sie nass. Aber da wird sie auch immer wieder nass, ja. Aber man kann sie nicht morgens vor der Maisjagd nass machen und den Hund dann damit ins Rennen schicken. Das ist absolut grundverkehrt. Und deswegen lasst euch das bitte nicht einreden, ja. Eine Weste ist kein Problem. Entweder ist es zu warm für den Hund, ja. Dann macht man halt eine Pause, gibt den Wasser oder bricht ab, ja. Aber es ist nie zu warm für eine Weste. Egal welcher Hersteller. Ich spreche jetzt wirklich für alle Hersteller. Also nicht, dass jetzt einer denkt wegen Werbung, wie auch immer. Nein, ich spreche für alle Hersteller. Macht die Westen auch auf keinen Fall nass. Auch wenn es ein anderer Hersteller sagt. Manche Hersteller sind ja auch gar keine richtigen Hersteller. Die machen in der Garage zwei, drei Westen, tauchen dann als Hersteller auf, ja. Haben vielleicht auch einen Gewerbe angemeldet, aber sind ja gar nicht so richtige Hersteller. Gibt es ja einige, ja. Die kommen heute und morgen sind es wieder weg. Lasst euch von keinem sowas erzählen. Bitte nicht die Westen nass machen. Ja, das ist ganz wichtig. Das lag mir am Herzen, wenn wir jetzt schon so viel über die Westen gesprochen haben, weil das wird von vielen falsch. Und dann kommen wir wieder zum Thema, mir kommt es auf die Hunde an. Ihr merkt, Björn ist da voll passioniert, dass es auch den Hunden gut geht. Und ich glaube, das ist ja auch der Antrieb, warum ihr die Firma gründet. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Und wir werden uns bestimmt auf der nächsten Rückkehr begegnen. Ja, würde mich freuen. Danke dir.